Da sind wir wieder im Spiel. Am Ende des letzten Streams haben wir hier angelegt, das ist der kleine Balduin, das Axolotl, das ist am Landleben der Axolotl, das ist irgendwie so ein Mix aus Axolotl und Fantasyfigur, ja, bei Axolotls können wir nicht wirklich am Land leben, das sind Fischwesen, aber gut, so mit Mo geht es jetzt hier weiter, der Omni-Switch sagt, wir müssen dort lang, zwei von den Dingern haben wir hier zu reparieren, okay, dann mal hoch, okay, was haben wir denn hier, sieht ja ominös aus, ominös, mysteriös. Sie ist vorbereitet für Ihre Verlust, der jealous Roche ist auf ihn, imagine, Ihre Familie verloren in der Mist, auf diesem nützlichen Stück von Lippen. Eine Arche. Dann wird es eine Sintflut geben, oder was? Bisher war es nur giftiger Nebel, den wir hier hatten. Nichts zu vermuten, was eine Flut betrifft. Okay, dann sagen wir mal hier hoch, oder was? Gibt es da Lufterfrischungsfilter oben drauf, den wir nutzen können? Ich finde jetzt Werkzeuge primitiv. Okay, wir stellen Fan ja noch nicht zur Rede, wir machen erst mal hier, wir schauen erst mal hier oben nach. Okay, ich dachte, wir könnten dort rein. Das ist kein frisches Wasser für Wochen. Aha. Nehmen wir eine Möwe. So, okay, dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Stellen Sie mal zur Rede. Suche alles nach Fenjas Karten des Eisenriffs ab. Okay, Sie selbst ist nicht zu Hause. Genug Vorräte für eine lange Reise. Das sind Miris Sachen. So wollte sie also verschwinden. Hier soll Oma wohl sterben. Immer einen Plan. Alles ist bereit, damit alle hier weg können. Am Baum fliehen, wenn wir es reparieren können. Ein Riese ist noch. Wenn wir retten können. Es gibt noch Möglichkeiten. Na komm, wir können die Welt noch retten. Fenja ignoriert sie, aber Morf's fury demanden. Das ist Ihr Grand Plan? Geh? Wie alle schweigst du vor dir? Fenja hat alles gehört, vorhin. Die Begrüßungen von Envy und Sabotage. Wie die Erkste Existenz ist ein insult zu Maul. Aber sie wird nicht mehr reagieren. Nicht mehr. Sie macht nur was sie kann. Aha. Na dann. Klauen wir die Karte. Oh no. Oh. Oh. Was war das gerade eben für ein Bug? Das war ja interessant. Hier und dort. Sie ist teleportiert. Und sah aber auch nicht schlecht aus. Oh nein. Oh nein. Was hast du getan? So können wir die Welt nicht mehr reparieren. Oh oh. Ähm. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Ein großer Fehler. Wo hat sich das Notizbuch mit der Karte genommen? Die Route zur Insel. Und wir reparieren jetzt den Rest der Sachen, die wir wecken jetzt in den letzten Riesen, wenn wir den Omniswitch zerstört haben. Das ist jetzt natürlich scheiße. Okay. Wo lang müssen? Das sagt uns jetzt auch nicht mehr. Okay. Ich flüchte mal zurück zum Boot und dann auf die nächste Insel. Können wir hier noch hoch? Bestimmt eine Karte im Inventar. Wir haben doch jetzt die Karte im Inventar. Da können wir bestimmt was mit tun. Ich sag die Karte und sitzen wo es weiter geht. Das Buch, die Karte. Tja. Ich weiß gerade nicht wie ich auf die Karte zugreifen kann. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Die Insel scheint auch nicht so sonderlich groß zu sein. Es scheint nicht viel zu sein. Also mit der Karte weiter. Das finden wir einen sicheren Weg durch die Schrotzberge hier und Meer. Und dann können wir auf die nächsten Insel schauen, was wir da noch anstellen. Es wird schwierig ohne Omniswitch. Ohne den magischen Stab. Der Reparatur. Der Reparatur. Wie sollen wir ohne Werkzeug irgendwas reparieren? Das könnte kritisch werden. Wannung. Ok. Wannung? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich finde eine funktionierende luftreiniger es muss einen geben okay können wir ja eh nicht retten können wir nicht reparieren wenn wir keinen funktionierenden omniswitch mehr haben was bringt es überhaupt noch im wahnsinn blöd der kusine oder schwester keine ahnung der den omniswitch man schäden zu holen es war keine es war keine der glücksten entscheidung es war nicht hart die glückste entscheidung definitiv legen wir an na dann Du denkst wirklich, dass du hier etwas findest? Ja, hoffentlich Wann du es überhaupt wissen, wo du bist? Ja, wir werden es herausfinden Ja, den Omnisuit können wir jetzt erstmal behalten Aber ja Kein Weg mehr zurück Ach du Schande Na komm, durch da So, geh mal hoch Mal schauen, was wir hier noch anstellen können Mit ohne Omnisuit Bin ich mal gespannt Okay Hier mal den Toten Längst dich schon wieder selbst ab Okay Du warst durch die Schottlawinen klettern Ja, das runterfallen lassen Hab ich immer noch nicht ganz verstanden Irgendwie ging es immer Du hast sie bereits im Stich gelassen Okay Okay Hier hinunter Und wegen des Glases Sieht das so ein bisschen verschwommen aus Somit kommen wir jetzt hier weiter Hier nicht Dann können wir bestimmt runter Oder nicht Und wenn es so ein Schiff geht es jetzt hier nicht weiter Tja Komm, es ist zu spät Aber es ist zu spät Aber es ist zu spät wohin Aber es ist zu spät wohin Das ist zu spät, was ich selbst Sie sind inzwischen Sie sind inzwischen Sie sind inzwischen Sie sind inzwischen zu spät auf dich Das sind inzwischen Im Ende Ich werde dich Und du wissen So, wieder kommen. Wie sollen wir das jetzt reparieren? Wie soll das funktionieren? Wie stellst du dir das vor? Oha. Schattenspiel. Oha, ja. In ihren Zweifel versunken. Okay. Oder auch nicht. Die Fleischinsel. Neugierig. Können wir jetzt die Charade enden. Und sich in den Seen schrauben. Ja, aber sicher. Natürlich nicht. Ich muss hier mal durchklettern. Wir machen es selbstverständlich weiter. So, komm raus hier. Weiter. Weiter mit dir. Voran. Voran mit dir. Die Knochenleitern hinauf. Auf den Fleischgipfel. Auf den Fleischgipfel. Wir haben kein Werkzeug dafür. Unser Werkzeug ist kaputt. Hier. Kaputt. Wie soll das funktionieren? Okay. Sie versucht es trotzdem. Aber wie zum Henker. Stellst du dir das vor? Ja, genau. Kaputtes Gerät. Das tut nicht funktionieren. Die Sonne schmilzt. Was zum. Es muss eine Einbildung sein. Eine ihrer Fantasien. Oh nein. Nein. Nicht doch. Es ist fast voll gesund mit Wasser. Mit der Riese. Wie sollen wir das jetzt noch? Was sollen wir da noch retten? Ach du Schande. Sieht ja düster aus. Arscher freigeschaltet in den Fluch. In die Flugzeuge. Kapitel 5. Die Insel Ghanen. Okay. Der blöde Hund draußen hält man wieder nicht sein Mund. Oh. Baldwin hat uns gerettet. Das andere Leben nachzulöten. Was sollst du weiß. Was sollst du nach Haus führen? Nein. Oh, nein. Was sollst du hin? Ja. Wenn sie für ein Kind. Oh. Oh. Für mehr. Es haupt eine dröhende Sorge. ja schläfen. Kaputt ist er. Springen können wir auch nicht mehr. Durchschnaufen. Oh Mann. Was ein schwerer Weg. Loves hat so hart gegen sie kämpft. Krummeln in fronten ihren Augen. Alles wegen etwas, was sie getan hat. Ok, Sekunde, ich mach mal das Fenster zu. Der scheiß Költer versorgt nicht mehr, die Stimmung. Ich beende Töne hier. So, hier. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen weniger zu hören. Ich habe bemerkt, im Podcast war es zu hören. Jetzt war es wahrscheinlich auch zu hören. So, weiter. So, ich mache das ein bisschen, wie es ist. Ich habe es erlebt, wenn ich nicht einmal zu hören. So, ich würde es nicht sagen. Wie ist es? Ich mache es nicht. Ich mache es auch schon wieder. So, ich mache es so sehr, dass ich die Ligen, sodassere ich mich über die Ligen, Ja. Ich habe es mir, dass ich das auch noch nicht verletzt, das kann. Ich habe es mir, dass es mir auch tolles. Oh man. Oh komm, steh doch auf. Aufgeben ist doch keine Möglichkeit. Oh man. Oh man. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Aber wie denn, was denn? Keine Hoffnung mehr? Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Ich bin nächstens einer, der noch bei dir ist. Aber der Riesen zu befreien. Die Welt zu retten. So dicht am Ziel, verknackt, das kann auch nicht wahr sein, bitte nicht, sag mir, da gibt es noch einen Weg, ich habe das alles falsch interpretiert, das geht jetzt, sie kommt jetzt hier nochmal her, um alles zu retten, Safran wartet auf mich, drei haben wir doch schon, der vierte nur noch, es fehlt nur noch einer. Jetzt sind wir wieder am Startpunkt, zurück zum Startpunkt, das kann auch nicht wahr sein, das wird sich nochmal alles rückgängig machen, die Welt aufgeben, lass das nicht wahr sein, Was geschieht nun? Freilassen Und dann endet alles, und geben wir die Welt auf, oder wie? Ich finde es Sinn nicht Nee, sicher nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 kann man machen ja durch nach oben sollte sich irgendwie gefallen haben lassen aber dann neu seit ja doch wir haben auch keine möglichkeit dass irgendwie gibt es da ein alternatives ending ich glaube aber ja nicht was finden wir sie nicht wir haben wahrscheinlich kein self-band weil es überspeichert wurde aber was wäre wenn wir sie nicht wenn wir nicht den das ding auf den kopf schlagen dann kriegen wir die karte nie und finden nie hin zur nächsten insel wir kommen auf die arche drauf und wir werden es trotzdem verloren traurig ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018